Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs bedanken. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Bedankt, bedankte, hat bedankt. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich bedanke, du bedankst, er bedankt, wir bedanken, ihr bedankt, sie bedanken. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich bedankte, du bedanktest, er bedankte, wir bedanken, ihr bedanktet, sie bedanken. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe bedankt. Du hast bedankt. Er hat bedankt. Wir haben bedankt. Ihr habt bedankt. Sie haben bedankt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich bedanke. Du bedankt. Er bedanke. Wir bedanken. Ihr bedanket. Sie bedanken. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich bedankte. Du bedanktest. Er bedankte. Wir bedanken. Ihr bedanktet. Sie bedanken. Den Schluss macht der Imperativ. Bedanke du. Bedanken wir. Bedankt ihr. Bedanken sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb bedanken. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zzapp.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020